Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftsumleiter.com Unity Server und wer heute alles dabei ist, das erfahren wir vom Daniel. Also wie immer, Guten ist dabei, der Pascal ist dabei, das Brot-Ghost-Schwarz ist dabei, ich bin dabei, wie gerade eben schon, Leon, Lukas, Sebastian und Thomas. Hallo. 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 Yo, fleißige Runde heute. Ähm, kannst du mal bitte mich abtanken? Immer schön produktiv bleiben. Stopp. Ganz genau. Wie viel Prozent hast du, Elb? 22. Irgendwie kann ich die nicht abtanken. Ähm, habt ihr noch ein Gewicht, ich möchte? Am Hof steht eins. Äh, ja, gut. Bei dem müsste, bei dem müsste da nicht noch ein stehen. Warte mal, ich mach eben das eine komplett fertig und dann tanke ich bei einem ab. Ich bin dafür, dass wir die nächste Mal Sonnenblumen ansehen. Oh ja. Ist es, äh, dann auch so lauter wie dies? Elb, stopp, Elb, halt mal an. Nee, das ist wie Mais im Endeffekt. Also keine Ahnung. Ja, können wir dir aber am Ende rumkurven. Ach, können wir mal, ist okay. Gut, jetzt vielleicht noch eine allgemeine Frage wegen der Aufnahme. Es ist ja noch das alte Passwort drin. Oh, ja, äh, ja, mal lebe. Ach, wird schon gut gehen. Ja. Äh, äh, äh. Sicher gut gehen oder knapp gut gehen? Ja, es wird schon irgendwie gut gehen. Heute ist eh nicht so voll hier, es ist Montag. Pascal kann ich abtanken. Montag ist Schontag, wisst ihr, ja. Irgendwie schaffen wir das schon. Nur noch vier Tage bis Wochenende. Immer optimistisch. Der beste Tag der Woche ist doch eh Freitag, oder? Ja. Oh ja. Das Schlimmste ist Montag. Ja, Sonntagabend ist auch schlimm. Wenn man weiß, er geht wieder los. Also ich hab am Mittwoch schulfrei. Das ist fies. Was ist eigentlich mit Kadett los? Kadett? Der hat, glaube ich, sein letztes Video im Februar oder so gebracht, ne? Ja, eben. Darum frage ich ja. Ich glaube nicht, dass er nochmal weitermacht. Aber der wollte doch unbedingt weitermachen. Help, halt mal. Ich tank dich eben ab. Ja, aber ich hab jetzt auch schon zwei Monate nichts mehr von ihm gehört. Er fängt ja jetzt an zu studieren, soweit ich weiß. Zumindest war das der letzte Stand, den ich jetzt weiß. Ähm, soll ich sonst das Feld hier, wo Mais drauf war, im Grubbern? Ja, wo keiner Mais drauf war, auf Feld 59, soll ich das Grubbern? Ja, sind wir noch da am Arbeiten? Nein, wir sind fertig. Nein, soll ich sonst Grubbern jetzt? Äh, ich weiß nicht. Mir ist es gleich. Ja, okay, den feier ich gleich Grubbern. Gut. Aber ich feier das so, dass wir am Mittwoch, also wenn dieser Part kommt eigentlich, oder? Äh, ja, genau. Da haben wir schulfrei. Das ist ziemlich fies von dir, dir das mehrmals zu erwähnen, wenn ich da nicht Grubbefeuhe habe. Ach, jetzt zum zweiten Mal. An dem Tag habe ich praktische Führerscheinprüfung. Du riskierst gerade einen Bann, das ist dir bewusst, oder? Ja, einfach selber neu starten, dann ist er wieder aufgelogen. Kann ich weitermachen? Pascal, wo bist du, bei welchem Feld? Äh, ich bin aktuell bei Feld 32, beim Sebastian beim Abfahren. Soll ich zu Feld 32 sonst als Abfahrer kommen? Äh, der Sebastian müsste eigentlich hier einen bei mir fahren in Klaas, aber sonst weiß ich nicht. Was für ein Bestreuer haben wir denn? Bei Feld welcher Feld nochmal? In Gilibet haben wir. Äh, Feld 32, bei 90. Wo ist das? Äh, sehr weit unten. So in der Nähe von, wenn du beim Beruf bist, müsstest du sehen. Was haben die da unten auf dem Feld? Haben wir im Moment Mist im Lager, oder? So. Soll ich sonst abfahren oder grubbern? Mir ist das egal. Ja, mir reichen eigentlich zwei Abfahrungen. Wo soll ich denn die Anhänger hinstellen? Äh, irgendwo am Hof vernünftig unterstellen. Okay, mach ich. Bester Tag ist bei mir immer Freitag. Bester Tag ist generell Freitag, weil Freitag ist einfach der Vorfreude-Tag aufs Wochenende. Ja, bei mir ist der Vorteil, ich muss um 8. die Schule, dann hab mir 11.20 schon aus. Aber ich hab mal hier auch mit 11.20. Äh, 32 sagst du? Ich hab das jeden Freitag. Nee, wenn ich Berufsschule habe, hab ich um 12 aus. Wenn ich arbeite, hab ich um 2 aus. Auf was für eine Frucht habt ihr denn mal Bock? Sonnenblumen. Ja, oder irgendwas ausgefahren ist. Luzerner, ist sie auch dabei? Oder vielleicht Hanf? Können wir uns ein kleines Pfeifchen machen? Guten, du Tila. Tila. Was besseres als Hanf gibt es doch gar nicht, was man hier anbauen kann, oder? Und dann schön teuer verkaufen, oder? Ja, ja, in Tütchen abgepackt. Ja, genau. Meinst du, wie viel Arbeit du da hast? Aber nicht an die Minderjährigen, die hier im Norden PS sind, schon an die Älteren. Ja, das ist doch gerade cool an Minderjährigen, oder? Dann immer abgehen. Es gibt länger, das Gef... Es gibt länger Freiaufenthalt im Gefängnis. Ich meine, warum das ist doch gar nicht so schlecht. Ich meine, du wohnst da drin kostenlos, kriegst Fressen, kriegst Saufen. Eben. So, du wohnst danach keine Arbeit mehr, weil ich brauche eine nicht. Wer braucht schon Arbeit? Hartz IV? Willkommen in Deutschland. Ganz einfach. Hartz IV in der Tagesklasse. Vielleicht schaffst du es ja auf Hartz V, wenn du ganz arm bist. Hartz IV in der Tagesklasse gehört dir, so ging das. Ach so, ja, so, ja, schon mal. Vielleicht schaffst du es ja, wenn du ganz arm bist, auf Hartz V, wer weiß, wer weiß. Alter, da konnte einer das Mail echt nicht. Boah, ich bin doch schon zu blöd, wo ist denn das Feldlager jetzt wieder? Gut, aber was ist da mein Klotz unterwegs, ne? Ja, der Schlüter fährt sich gerade irgendwie komisch, stellt ein bisschen wenig Gewicht auf der Vorderachse. Aber wir machen jetzt eine ordentliche Runde Hanf aufs Feld. Ja. Soll ich sonst auf welchem Feld? 32. Gut, und kaufst du schon mal die Tütchen dazu? Jo, jo. Sowieso. Ich glaub, da sind wir pleite, wenn wir Tüten für 20 Hektar Handfohlen. Ja, wollte ich gerade sagen, so die Tüten sind auch schon mal teuer, ne? Machen wir mal Produktplatzierungen rein, auf Amazon kriegst du die billig. Wie war das? Hasche, hasche ist in der Tasche, hasche immer was schon, nasche? Äh, das stimmt halt nicht. Jo, jo. Über Amazon muss der zum Piepton drüberlegen. Wahrscheinlich der zweite Madras, schau. Und Rex, was da? Keine Ahnung. Ah, da. Was ich echt lustig finde, dass dann den alten Ladewagen einfach mal 25.000 Gas reinpasst und so weiter, ne? Ja, ich find's generell cool, dass die jetzt endlich mal verschiedene Ladewagengrößen so wirklich haben in der LS15. Weil eigentlich musst du direkt hier 100.000 ausgeben, wenn du einen Ladewagen haben möchtest, wenn du einen vom Standardspiel nimmst. Was? Echt? Ist das so, so, so groß? Ja, ja, das größte ist ein 45-Cubik-Tandem, äh, das kleinst ist ein 45-Cubik-Tandem von, ist das ein Bergmann oder ein Krone? Ich glaub, ein Krone. Glaub, mal schauen wir mal schnell nach. Ich glaub, Bergmann hat im Spiel gar keine Ladewagen, oder doch? Doch, Bergmann Shuttle 900k. Okay, mehr ist jetzt grad nur. Der kleinste ist der ZX450, der hat nochmal 1000 weniger, der hat 43.000. Aber trotzdem sind das schon alles sautreurer. Aber ich vertraue auf Petty, auch wenn das nicht der, nicht der größte ist, ich mag die Makel irgendwie. Was mir aufgefallen ist seit dem letzten Update, dass sie den Brandner von orange in grün umlackiert haben. Das stimmt, ja. Ich glaub, da haben sich einfach in den Foren zu viele aufgeregt. Weil, ich hab da schon ein paar Kommentare gelesen, warum ist der Brandner orange? Äh, fand ich eigentlich so besser, aber... Ich fand den orange auch nicht schlecht. Nee, nee, war eigentlich auch ganz hübsch. So. Wäre natürlich auch geil, wenn sie die Farboptionen machen, dass man die auch bei nem Schlepper, was weiß ich, auch noch in schwarz kaufen kann oder sowas. Ja, das wäre zum Beispiel bei Pickup gut vom Lizard. Das wäre in einer anderen Farbe, weil mir gefällt die Graufarbe nicht. Ja, aber ganz ehrlich, der Pickup sieht generell leider sehr hässlich aus. Jo, das stört. Aber ich muss sagen, LS15 wird, glaub ich, wirklich mal so, dass man... Ich glaub, die ersten drei Monate braucht man eigentlich keine Mods, um mit dem Spiel glücklich zu sein. Das stimmt. Weil da kommt echt viel verschiedene Sachen auch, dass man auch nicht nur auf Hightech-Sachen gehen kann, sondern man kann sich ja auch mal so ein 150 PS Deutz oder so ein Böhrer oder sowas, so ältere Sachen holen. Wenn jemand doch schon ein bisschen was anfangen kann. Oh, ich freu mich schon so richtig drauf. Aber ich hoffe, dass die echt besser gemordet sind, Alter. Ja, ich weiß noch nicht, aber vielleicht mache ich... Also vielleicht drehe ich mehr das Geld hoch, damit ich mal Maschinen testen kann, wie groß... Ja, das mache ich am ersten Tag auch. Also mache ich mal direkt ein paar Milliarden auf dem Spielstand und dann alles kaufen, alles angucken, alles ausprobieren. Ja, so mache ich schon. Ich stelle mir die PC-Done vor. Auf die Harvest-Done bin ich so gespannt. Oh, ich ja. Hoffentlich schafft das mein PC. Hoffentlich sind die vernünftig zu steuern, das ist eigentlich meine größte Angst dabei. Weil wenn die scheiße zu steuern sind, dann kannst du die im Endeffekt nicht gebrauchen. Weil die Störung ist so komplex beim Harvester. Beim... Beim... Ja. Buden, kannst du mal bitte den Johnny, der auf dem Ruf da ist, zurücksetzen? Was ist denn mit dem? Weil der backt da rum und den kriegt man nicht mehr weg. Okay, sofort. Was das praktische ist, wenn man früh zockt, wenn man ohne CD kauft, mit dem PC downloadt. Ab 0 Uhr. Ja, konnte man immer darauf an, wann sie es freischalten. Ja, also bei Amazon kriegst du den schon ab 0 Uhr, kriegst du dann per E-Mail in der Früh. Also, ich weiß nicht, wenn viele vorbestellen, so ein... Ja, aber das liegt nicht an Amazon, sondern dann, wenn Giants die Server halt freigibt. Die Download-Server. Deshalb kann es auch sein, dass es... Ich glaube, bei welchem Spiel war das vor kurzem nicht so? Das konnte ich mir dann auch erst kurz vorher runterladen. Kannst du das denn eben machen? Ich habe meinen K-Ber EDS verloren. Kann man einem dir mal schenken? Ja, Multiplayer kannst du ja dann trotzdem nicht mehr spielen, wenn den schon jemand aktiviert hat. Aber ich habe mir die beiden Editionen von LS. Einmal die von Amazon wegen dem Bonusfahrzeug, einmal die Collector-Odition. Ich habe die Collector. Ja, ich habe... Ich bestelle erst... Also, guten, du hast dir eine vorbestellt und die andere kriegst du geschenkt, oder? Äh, ich kriege eine Download-Version geschenkt, ja. Okay, das finde ich einfach geil. Das stimmt, ja. YouTuber müsste das jemand sein, ne? Jojo, die armen YouTuber. Äh, ist mir ein Abfahrer bei Feld 32. Feld 32 brauchst du einen Abfahrer? Ja, ich bin voll. Kann ich machen. Aber ich kann es sonst auch machen, ich bin gerade am Hof und... Ja, ich bin auch am Hof, ich muss nur noch schnell schauen, wo 32 ist. Und bei 90, wo der blaue Weg sich spaltet. Okay, ja. Boah, ist schon hart mit der 3 Meter, da wäre ich ganz cool, wenn man das zu zweifel oder zu dritt macht. Zen. Deine Maschine. Ja. Dann bin ich auf dem Weg zu Feld 32. Mal richtig schön Hanf machen hier. Ruden, wie machst du das, dass du fliegst eigentlich? Äh, mit der Konsole. So. Einfach Toggle Flight and No-Hat-Mode rein und dann... Und wie kann man die Konsole öffnen? Mit dieser Dachtaste. Über... Über der... Ne... Links neben der Taste 1? Äh, ja. Ja. Aber nur wenn du es aber auch einstellst, die Einstellungen aktivieren. Ja, stimmt. Ach so, weil das geht mir nicht, dass ich die Kontrolle dann öffne. Es wird immer lustig, wenn man dein F4 drückt, dass immer so die ganzen Texturen eigentlich total komisch aussehen. Äh, das sind dann halt Planen und so weiter. Du kannst auch mit F5, hast du die Kollisionsboxen? Und auch die Licht. Also ab welchem Bereich du quasi gerammt, äh, jemanden rammen kannst und so weiter. Warte mal, was gibt es noch so? In welche Himmelslinien kannst du auch machen? So eine Art Koordinatensystem, ich weiß nicht mehr wie. Mit F2 kannst du ja FPS dann machen. Aber F4 ist auch lustig. Wie viel FPS hast du gerade? Ich bin nicht immer Sachen, die im Welt sind. Ich hab letztens einen Grobber im Maisfeld gefunden, dank F4, weil der da irgendwo versteckt war. Okay. Ich bin Jesus, ich fahr mit dem Traktor auf dem Wasser. Wow. Ja, aber das ist hier auf der, äh, Karte haben, die Wasserplan hat Kollision. Ach, zerstör mir doch nicht, meine Freude. Aber ich muss es ja nur so ansagen. Ich wohl, okay, gut, ich hab dir gesagt, dass ich mich so schulfrei hab. Alter. Du hast gehst grad wirklich in Baden, ne? Okay, ich muss, ich muss auch hören, es hilft. Nee, ich muss auch hören. Ich hab keine Lust noch, ich hab erstmal wieder nach. Wie lange ist die Folge noch? Äh, die Folge dauert noch ungefähr zwei Minuten. Okay. Wollen wieder nachmittags und da? Ja, ich bin auch erst morgen um 18 Uhr von der Schule wieder zu Hause. Ah, okay, ich bin schon etwas früher um vier. Oh, ich um elf. Ah, wir haben, ne, um elf. Da würde ich ja gar nicht mehr hingehen. Nö, wollte ich erst, hab ich erst gar nicht vorgekommen, wär da. Hast du heute, ich hab' ich erst gar nicht vorgekommen, wär da. Hast du heute, ich hab' die Schule wieder zu Hause? I, jeden Dienstag? Krank. Und da um rein, da schon elf, zwanzig. Ruden, wie lange zockst du heute noch? Äh, nicht mehr so lange, weil ich gleich noch was für die Schule machen muss. Achso. Ja, ich muss morgen nicht in die Schule, ich bin bank. Der ist natürlich, äh, gut und schlecht. Vorteilhaft und macht halt auch nacht. Ja. Ja, aber nicht noch morgen. Aber in anderthalb Wochen sind ja schon wieder Herbstferien, von daher. Ja. Die haben wir in Österreich dafür nicht. Haha. Gut, in welchen, in welchen Bundesland? Ich hab' ja vier, in wo der Release von LS15 ist. In NRW. In welchem Bundesland wohnst du, Buden? In NRW. Naja, gut, dafür haben wir nie Nachmittagunterricht, außer Dienstag, und das ist freiwillig, glaube ich, so. Arsch. Hatte ich auf der Realschule auch nie. Aber jetzt, seitdem ich halt Ausbildung hab, und jetzt dann in der Berufsschule haben wir eigentlich jeden Tag Nachmittag, außer Freitag, dann haben wir um 12 Uhr aus. Ja, ich bin jetzt nach deutschen Klasse zu gehen, hier in der 9. Ab 1, K. Ich bin froh, dass ich auf der Schule endlich raus bin. Ab 1, K. Ich bin froh, dass ich auf der Schule endlich raus bin. Ab 1, K. Ja, ich bin unterwegs zu FL32. Ich hab' jetzt mein zehntes Jahr, weil ich schon einmal wiederholt habe. Bist du es bitte? Und jetzt bist du in der 9., oder wie? Ja. Ja. Ich bin auch in der 9., wir haben nie Nachmittagunterricht. Das Geilste ist immer noch, ich hab's für einen im Release von LS15. Ja. Aber das ist geil. Ist eigentlich ganz nett, ja. Ich bin jetzt in der 11., weil ich denk's, Berufsschule ist die erste Klasse nochmal eine zehnte. Okay. Okay. Jetzt bin ich schon im zweiten Ausbildungslayer. Weil es gibt ja keine 14. Klassen im deutschen Schulsystem und dann ist das vierte Ausbildungslayer, also das von den dreieinhalb Ausbildungslayern, ist dann die 13. Klasse in der Schule. Okay. Olga. Voll komisch. So. Ich arbeite gerade so ein bisschen mit Spurreißer, aber das macht so wie ich hier fahr' gerade wenig Sinn. Ja, und ich warte auf einen Abfahrer. Ja, ich auch. Ja, ich bin... Welchen Feld? Schon bei Feld 32 jetzt angekommen. Ich seh' gut. Ja, ich bin auch schon gerade unterwegs. Oh, scheiße. Durchs Wasser. Wofür gibt es eigentlich Straßen? Pfff, verdammt. Dass man sie nicht benutzt. Buden, komm zu uns. Ist das Deko oder was? Eigentlich hab ich schon voll viel angeseht. Ja. Buden, willst du mir gleich beim Groben anrufen? Äh, ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt auf dem Server bleib. Ja. Wahrscheinlich disconnecten dann alle wieder. Ja. Bin ich mal gespannt. Hoffentlich ist ja hier morgen fertig angesät. Ähm. Hoffentlich ordentlich. Weißt du, wie es auf Feld 7 ist, macht es auch kalt. Ja. Da kannst du eigentlich nur noch einen großen Grubber holen und drüber knallen. Ja. Soll ich sonst Feld 7 grubbern? Soll ich sonst Feld 7 grubbern? Ne, die Grubbern tust du jetzt in der Folge nicht mehr. Ach Gott. Scheiße, ich hab da Feld vergessen. Ne, in der Folge wird wieso nicht mehr viel gemacht, weil wir sind schon wieder leicht in die Überlänge reingekommen. Ich wollte nämlich noch diese, äh, Reihe zu Ende machen und so eine Reihe dauert dann doch irgendwie 2-3 Minuten bei dem großen Feld. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder beim Community-Server und ja, tschüss. Tschau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.